So, wir machen heute einen Speedrun, locker steht auf 0,0 mit dem Polter, 3000 kV, Akku ist ein Dipo, 2S, Tinko Rally, 4000 mAh. So, wir brauchen heute einen Speedrun, der wir machen heute einen Speedrun, Guck mal, guck mal. wir können doch nicht mit von lenny macht uns mit waren wir ziehen ein mal vor dann gucken wir gleich noch was wir geschafft haben 49,6 die 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 mal gucken ob das tuning teil was ich bestellt habe 49,6 mal gucken ob sie vom gewicht ein bisschen warmer rüberkommen sind erstmal für den speedrun hier sieht das nochmal 49,6 mal ein bisschen höher rutschen dann geht das mal ein bisschen mehr 155 macht das schon cool aber schönes auto hält das aus bisschen tuning dran machen und dann geht das schon